Willkommen zu einem kleinen Video bei Trifoss und zwar ist es ein kleines Thema bei Trifoss und zwar können wir erstmal dazu sagen, Trifoss ist jetzt ein Mod im Clan, also Sarox ist ja jetzt im Clan. So, das erste Mal, wo Sarox im Clan war, hat er schon die größte Scheiße gemacht, die es nur gibt. So, Sarox hat erstmal eine Abstimmung gemacht, was sollen wir machen, soll das TNT viel Gold kosten und die Enderpeller 11. So, die meisten Leute waren dagegen, so, trotzdem hat er es dann nachher umgeändert mit der Begründung, es wären viele Clans dafür gewesen, dass der Preis des TNT und Gold sich verändert. Jedoch ist erstmal das Ding, nur 20% der Leute sind überhaupt Clansspieler und zudem wussten von allen Clans, also ich hab mal geguckt, Darkgang, Anno, Naturfront, Descenders, Akatsuki, Luma. Aber kein Clan wusste davon, dass Sarox mit ihnen anscheinend geredet hatte, denn Sarox hat einfach einzig und allein mit Trifoss und Trifoss, also Second Trifoss geredet. Und das heißt, die erste Woche oder die erste, ich weiß nicht, ob es schon ein bisschen länger ist, der erste Monat auf jeden Fall, wo ein Mod erstmal in Trifoss ist, hat er schon Scheiße gebaut.